Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trouble in Terrorist Town. Heute mit dabei der Bleddick, der Slowmo, der Mathis, der Xanto, das waren jetzt die wichtigen Personen und der Name der Sascha. Weiß ich bin immer so nett zu dem Typen und der ist so zu mir, aber schönen guten Namen. Du nett zu mir, du kannst nicht mal kreuz sein. Komm mal her, hat mich Bro. Komm mal her, hat mich. Er traut sich gleich. Sonic? Oh Gott, ich bin fast. So, den kriegst du erstmal. Sonic? Ja? Komm doch mal bitte in den großen Turm. Gleich. Hi Xanto. Bin gleich da. Was für ein großer Turm. Ja, es gibt ja einen Turm auf der Map. Ich hab ja meine Hose aufgemacht. Ohhhh. Ich verstehe nicht. Bin da. Nein, 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 nein. Unter mir ist Xanto. Achso. Wenn er noch da ist. Nein? Ja, ich bin hier. Hi. Ich bin jetzt ein Bart. Möchte dabei nicht gestört werden. Sonic soll dabei herkommen. Warum ist Sonic? Weil Sonic herkommen sollte. Ich bin hier nicht an dir. Sonic, ich weiß, komm her. Ja, komm her. Hier. Denk ich dir. Das ist nett. Guck mal. Das hörte sich gerade an, als hätte er ihm einen abgedrückt. So ungefähr. Hier, check ich dir. Warum hat Sonic... Warum hat Sonic jetzt einen scheiß Baseballschläger bekommen? Da, 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 da. Läddik, bleib doch mal hier! Läddik! Ich will ihn jetzt... Läddik ist tot. Was? Ja, Läddik ist tot! Was? Hast du ihn? Xanto! 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 Ich warte! Ich warte! Du musstest Slow-Mo gewesen sein, das Snideen. Schreib nicht, ich bin gerade aus dir rausgekommen, ja. Kann ja sein. Ich weiß nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe. Ich dachte, dass der vielleicht doch ein bisschen sehr akkus für 6 Leute ist. Ich weiß nicht, ob ich damit einen Fehler gemacht habe, Sonic die DTA-ABP zu schenken. Oh Gott, bist du der Wahnsinns! Hilfe! Wie viele Schüsse hat die? Genug! Oh, scheiße! Mattis, darf ich auf deinen Turm hochkommen? Ohne, dass du mich killst. Oh, das. Wenn du es kannst... Dann nicht. Wie sieht das denn aus hier? Also, wenn du hier hochkommen kannst, dann bitte! Nö, nö. Okay. Hi. Hey, komm, komm, komm! Junge, einmal kurz Hallo sagen! Sascha ist... Sascha ist... Warum bin ich es denn jetzt? Ja, weil du mich angeschossen hast. Einmal kurz Hallo gesagt. Chill mal. Ach, ihr seid doch alle doof. Da habe ich schon mal eine Scheiße. Warum stirbt er von einem Headshot mit der Deagle nicht? Weil du nichts kannst. Da habe ich schon eine Traitor-AVP und weisse... Was hat mich umgebracht? Die Proximity Mine. Ich habe da oben eine Proximity Mine reingepackt. Das hätte mich auch keiner gewusst. Oh, grad. Auf die zweite Ebene. Ich gehe rein und BAU! Da habe ich schon eine Traitor-AVP und kann nicht mehr einen damit... DTA-AVP. Nee, ich habe nicht mehr einen damit... Oh, ich habe ein Headshot. Voll geil. Oh, Mann. Ein Traitor-Plant ging mal einigermaßen auf, ey. Das ist ja nicht ganz so scheiße. Du bist aber ein Mongo und baust Scheiße. Das ist korrekt. Mit gut hat das nichts zu tun. Aua! Ich werde direkt angeschossen aus dem Haus. Ah, Hilfe, 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 Sonic. Sonic! Alles cool. Ich mach doch! Das könnte Slow gewesen sein, der mich angeschossen hat. Schon mal fünf Sekunden in der Runde schon Half-Life, das ist doch kacke. Ihr? Bei? Oh, nein. Ja, Half-Life 2. Ihr könnt halt doch so gerne Klicks. Oh, das ist nett. Oh, ihr seid alle toll! Oh Gott, der DTA. Hallo, sag... Hallo! Oh Gott, bledig hat... Warum tut ihr das? Ich habe ihm einen Golden-Diegel geschenkt, damit kann er keinen Schaden anrichten. Was hast du gekriegt, Sonic? Weiß ich nicht. Oh Gott, ne Golden-Diegel. Enteil ruhig, Klicks. Tu es. Oh! 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 Aber ich muss weiter schießen. Oh! Oh, Leute. Okay, ich hab mal... Leute, hinter mir ist jemand gestorben. Äh... Leute. Hier wurde eine weggestrahlt. Oh, der weggestrahlt. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Äh, nur zu eurer Info, mein Spiel ist gerade abgestürzt. Okay, denn ich bin sowieso tot. Ja. Ich mein, du hast bloß gesagt haben. Ich hab Angst. Oh, da oben war einer. Der schießt hier draußen. Ach, da oben. Mattis snipert. Hihihi. Du weißt, wer Traitor ist. Hihihi. Ich seh nur den Kopf verschwinden und da kommt. Hihihi. 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 So, wie sicher ist es jetzt, dass Mattis Traitor ist? Ja. Ja. Das ist ganz sicher. Aber Slow hat mich direkt zu Beginn angeschossen. Ich hab niemanden angeschossen. Ich hab niemanden angeschossen. Hihihi. Hihihi. So, Mattis wird leider nicht Mustis mit Tom rauskommen. Hihihi. 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 Was ist das? Hahahaha. Tot und Verderben wünsch ich dir, Alter. Da oben auf dem Turm drauf, da kommt man oben, wenn man da was Trick anbrennt. Wir müssen die Siegel überarbeiten, der Headshot tötet nicht mehr. Naja, sonst, ich zeig euch gleich, wie das geht. Okay, dann. Ja, ja, wir gucken gleich mal. Ich teste es gleich mal. Wie gesagt, der Server ist halt wieder auf Standardeinstellung. Es kann sein, dass da noch Dinge falsch eingestellt sind. Ja, ich teste das mal mit Sascha. Vermutlich Mattis. Wer hat mich getötet? Ja, vermutlich Mattis. Sascha. Oh. Matja. Sascha. Bestimmt Sascha. So. So. Der Typ. Kapitze. So. Ah, da war es ja. Wenn er einen Diegel hat, bitte mal bei der Diegel Suchstände melden. Ja, danke. Hehehe. Bitte, ich bitte Trader mich das zu unterstützen. Ich hab was. Das ist wichtig, Leute. Ach gut, Wissenschaft. Äh, es ist. Ich hab eine. Ich hab eine. Ich hab nicht geworfen. Warte, was? Ey, was? Ey, ich stand da einfach nur rum. Ja. Weil ich kurz mal eine Audio-Diegel geprüft hab. Ich hab gehofft, du wärst du eine Diegel. Dann hast du nicht. Dann hast du ja nicht mal was gesagt, alter. Ja, eben. Ja, eben. Ja, eben. Egal. Au. Nein, 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 nein. Soll ich nicht. Ich hab eine. Was grüßt du denn? Das kriegst du denn? Das kriegst du sie. Das macht es so laut, ne? Ne, hier nicht. Ich schieße extra rum. Ich bin nicht schnell genug. Hier bist du noch eine mit Munition. Krieg ich sie auch, wenn ich zuerst damit leide? Oh, Mann. Hilfe, 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 nein. Ja. Oh, den. Tja, leider weiß ich, wo er ist. Ja, im Haus oben. Ne, ne. Ich glaube, es sterben alle. Ihr solltet euch beeilen. Bin da. Bin da. Bin da. Wow, der ganze Schuss noch. Ja. Oh, hier liegt der Detektor. Deshalb hab ich gesagt, ihr solltet euch beeilen. Und ich bin ganz schnell weg. Alter, Mathis hat's heute aber auch mit Falschaden. Was ist denn da los? Ach, Mathis. Ach, Mathis. Ach, Mathis. Ach, Mathis. Ach, Mathis. Ach, Mathis. Baaam, Mathis. Ruhig, alle zusammen. Yo, Sonic. Das war süß. Hier wolltest du hauen. Hör auf. Ja. Das wirst du überhaupt nicht. Darf ich bei dir jetzt mal gucken, ob das mit Headshot killt? Du bist so ein mieser Mongo, ey. Was soll so ein random shit, ey? Komplett random ist kacke. Du hast... Ich wollte diegeln. Wow. Und warum? Weil ich gestern wurde auf die Headshot gemacht. Der hatte meine Diegel. Warum fehlt dir eigentlich Karma, Sascha? Hä? Warum fehlt dir eigentlich Karma? Warum fehlt mir Karma? Ah, ne. Jetzt nicht mehr. Okay, schade. Warum fehlt mir... Ach, ne. Mir fehlt kein Karma. Bin zu gut. Ich hab' mit... 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 Schlechte Menschen. Ich hab' mit... Schlechte... Schlechte... Wer fängt die inzie? Hilfe, 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 Hilfe. Wie der Pool einfach keinen Boden hat, alter. Von mir brauchst du keine Angst haben. Oh nein! Man nannte ihn der, der nie innoviert. Das klingt wie ein Todenträger. Hol, hol! Schmeiß mir den jetzt, ich hab schon vor die Fresse. Immer weg! Aber sie ist am Fenster abgeprallt. Da bist du... Aber am Turm ist, da gibt es den Fenster ab. Wenn einer am Turm ist. Aber nein, der ist nicht so weit geflogen. Pass auf, der niemand kommt. Leben noch alle? Ja. Ich suche auf eine bestimmte Person. Ähm, Sonic? It's quiet. Was macht der Wagen da oben? Äh... Xanto, wo ist Sonic? Nee, eben nicht. Xanto, wo ist Sonic? Wer ist da oben drauf? Das verrate ich dir nicht. Der ist Dater, den schütze ich jetzt. Ich bin hier oben drauf. Ach, der ist sogar noch Dater, das bietet sich noch eher an. Für Munition, für meine Waffe. Fascha, komm ich nicht so nahe. Ja, ja. Sonst töd ich dich. Ja, mach das. Amts der Warnung hier. LoL! Wir haben's der Warnung ausgespielt. Tut mir leid, das muss sein. Oh... We- Nee, nee, komm! So nicht! Komm, das ist jetzt Bullshit! Das hat's gemacht, das find ich gut. Junge, die klebt da an dir! Nee, nee, das ist ein Anzeigefehler. Wie? Das ist ein Anzeigefehler gewesen. Wette... Ja... Hallo Sonic. Lass mal nicht killen. Ja. Du bist es eh nicht. Eben. Weil hier schon ein anderer mit der Traitor weg ist. Da liegt ne Fake... Bleddick? 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 War witzig aus, das muss ich ja mal erwähnen. Ach ja, natürlich. Gut, da krieg ich ausgerutscht. Was ist jetzt ein... Nein, oder? The second chance. Ja, wahrscheinlich. Ich hab dir gleich einen ausgerutscht ins Gesicht. Okay. Oh, das war ein Handschirr. Au, der ist im Haus. Im Betonhaus. Nicht... Nicht gestorben. Oder hat er schon wieder sickenschein? Au. Ach, wie er nicht stirbt. Wie viele Headshots wird's denn noch kassieren? The chance has been changed to 99 persons. Schlauses Gesotte. Aber Sonic, kannst du mir das jetzt bitte einmal erklären? Elendikant. Missing Skill Files. Bitte runterladen auf csgohex.com. Missing Skill Files. Weil die dann die dann auch immer auf dem Turm hocken müssen. Ey, das war die erste Runde, wo ich auf dem Turm war. Ja, ja, genau. Ich kann mal nicht runter, aber ich kann deutlich. Ja, 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 ja. Dann wollte ich nicht mehr gehen. Das Ding ist doch, Hilde. Es ist so belastend. Junge, von mir klebte grad eine Plasma an Sonics Brust. Die explodiert und er rennt einfach weiter. Ja. Es hat ihn nicht gekümmert. Das war richtig. Aber warum nicht? Warum sollte? Ja, weil du tot sein solltest. Aber das ist deine Plasma, Sascha. Und die Sascha-Hack. Das ist so toll. Ich hab' ja gesagt, ich kann mir heute nicht tilten, ne? Aber so langsam geht das auch in die Augen. Ja. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, sorry. Deagle Headshot tötet nicht. Plasma tötet nicht. Ich find' das toll. Es tut mir leid. Es ist so schön. Und der ist schon wieder Dete. Oh, oh. Okay, kein Schaden. Matthias, wie kommst du da heute rum? Ja, das verstehe ich auch noch nicht. Darlustrick. Darlustrick. Ja. Und der sieht wie aus? Oh, der steht schon wieder oben am Ton. Du kommst da, äh, hier hinter, äh, hier hinter dem Ton. Ja? Du kannst auch das Gerüst da rausspringen, ja? Nein. Nichts? Also, du nimmst einen der Wagen und einen der Wacksteine von da. Achso, okay, okay. So, du nimmst den Wackstein mit dem Magnetostick und packst ihn unter den Wagen und stehst dann auf. Aus dem, äh, aus dem Croaching. Und dann kommst du hier oben. Ganz einfach hochgeschwebt. Lass mal. Ach. Mit dem Wagen, der vorhin so runtergehangen hat. Ja. Lass doch. Schießt du schon wieder auf mich? Was? Was? Ich weiß nicht mal, aber okay nicht. Schöne Schüsse. Da warst du auch mitgeschossen. Ne, ich hab über dich geschossen. Ich hab ne Tray, Detective AWP. Tray, äh. Tray, äh. Darl. Oh, ist festgebrochen. Betondach steht jemand da. Nein! Stimmt, Mathis. Stando. Nein! Das war ein deutsches Nein! Stando. Nein, nein, nein! Ne, Mathis ist guter. Ich will ja nicht sagen, dass Mathis schon wieder ein falscher angeschossen ist. Aber... Das ist so traurig. Das ist der Wahnsinn. Daraus kannst du dann so ne Compilation machen, Mathis. Schwerkraft 3586, Mathis 0. Du brauchst so ein Dabst-Empie dazu. Ne, 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 ne. Fast ne, 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 ne. Oh Gott, Xanto, die spielt halt nicht. Sieh auf dein Knie. Aha, ich auf deinen Kopf. Ja, ich hab meine Hose. Lass es. Headshot voll ins Knie. Ganz geil, dass man für die Detective-AVP-Munition aufsammeln kann. Ernsthaft? Oh. Ist neben dir aufgeschlagen. Das war leer. Du wärst nicht stück gewesen. Na dann! Kinder, das spielen wir mal ein bisschen. Das ist einfach kein Schuss im Magazin gab. Ach du Scheiße. Das ist peinlich. Na gut, Xanto. Was? Stell dir mal vor, also. Ja. Sie sind Sniper. Sie haben nur eine Möglichkeit zu schießen. Nein. Na, lass mich rein da. Oh. Magazin leer. Was, was, was? Hey. Hey. Ach nein, geh doch weg. Ich will ich nicht. Wen müssen wir es dann töten als... Töte. Wer spielt jetzt? Hat da einer einen Baseballschläger? Geh weg. Oh Gott, ich hab's gesehen. Ah! Oh Gott, ich hab's gesehen. Oh nein, was denn? Wer? Wo? Hi. Es ist loses. Nein! Es ist ein Böses. Nein! Wir haben Jan geschossen, wie verrückt. Sascha ist es. Ne, ne. Oh Gott. Ja, doch. Er war es wirklich nicht. Sascha ist es. Er war eben oben auf dem Dach. Mann, jetzt leidet mein Karma wieder. Mann! Ach, manu, ey. Oho, oh. Wer ist jetzt... Ach, Sascha! Ich hab's gesehen. Naja, das war ein bisschen zu weit in deiner Distanz. So schnell kann... So weit kann ich nicht vorhalten. Ich kann das nicht antifizieren. Antifizieren, mach ich. Ah! Alter, Junge! Ja! Ja! Das predikten hier. Vom Rand. So ein Feuerball. Ja, warte. Oh Gott, wo kommt er raus? Wo kommt er raus? Nein! Ach, komm! Oh, Mann! Ey, da will man witzige Sachen machen und wird einfach weggeschossen. Xanto, was soll denn das? Lelik, schöne Runde von uns. Von uns? Weißt du... Ja, du bist auch gut. Ich verschanze mich. Wie viel hast du verloren? Xanto an und schießt mich ab. Äh, ich war auf 15 runter. Also 85 oder so. Äh, 15 runter. Also 85 oder so, was hast du mir gedrückt. Das ist ja langweilig. Und da war ja nichts. Quasi. Ich war erstaunt, dass ich dich getroffen hab. Ja, ich auch. Mit deinem Hexospeed an. Was soll das sein? Genannt Baseballschläger. Wer hat ein Baseballschläger? Ja, Mann. Ja. Was ist los? Komm doch mal in das erste Zimmer, am ersten Stock vom großen Haus. Okay. Da komm doch mal hin. Ja. Ich mach mal Tür zu. Oh, noch mal Zeitung lesen. Zeitung von heute. Raus. Raus. Oh, Mann. Ich wollte grad Party machen. Oh, Mann. Nice. Oh, Gott. Er gibt ihm Basey. Lenik! Nein! Komm her! Mach das nicht! Mach dich nicht unbedingt. Ich geh schnell rein. Lass mich hier rein. Wo denn? Lenik? Er ist auf dem Dach. Eventuell. Jo, Alter. Sonic? Du misset, Alter. Du misset. Als ob der Second Chance triggert. Sonic? Sonic ist Traitor. Sonic ist Traitor. Ich hätte dir jetzt Sonic fast Dragon Elites geschenkt. Er ist Traitor. Sonic. Ja. Denn schießt... Warum schießt du einfach direkt auf mich? Ich hätte überhaupt nichts gemacht. Du, du hast doch mich weggeschlagen. Ich hab noch nicht... Ja, weil du dann mit der M24 auf mich geschossen hast. Junge. Ja. Aus einem Meter knapp am Kopf vorbei. Aus einem Meter knapp am Kopf vorbei. Aus einem Meter knapp am Kopf vorbei. Ja, knapp. Ja. Das ist das wichtige Wort. Ich hab halt keinen Bock, der andere hat vor dir zu schwer. Lass mal bitte. Lass doch bitte. Mach mich nicht nervös. Das ist doch nicht nett. Der ist sehr low. Da ist ein Betonhaus drin. Ach. Und wenig Leben hat er auch noch. Boah! Und auch nicht flach. Nö. Ah! Bledding? Das kann noch nicht! Ey. Dieses Scheiße! Alles klar? Boah! Sonic letzte Runde. Also jetzt. Da noch. Da weißt du. Dann weißt du'm schade. Geleckt. Warum leck ich denn so? Ah! Irgendwie habe ich das Gefühl dadurch, dass alle viel mehr Spaß am Spiel haben sollen, dass alle deutlich gestresst das sind als sonst. Das ist halt echt so. Man lässt sich doch bloß durch Fallschaden. Das ist ein Stück Scheiß. Okay, das ist immer so. Warum? Was habe ich dir getan, Junge? Alter, ich will mal wieder Zölter sein. Ja, warte mal. Ich muss mal schauen. Lass es. Hier wird schon wieder einer angeschossen. Was ist das hier? Ich habe ihm die Diegel geklaut, da ist er salzig geworden. Er hat mich auf 50 runtergeschossen. Hier, kannst du bestimmt. Geil. Ich rede jetzt nicht weiter. Warum flütterst du? Hallo, Data. Huuuiiii. 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 Du bist schon... Huuuiiii. XATTO! INSIiii! Huuuiiii! 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 Oh Gott! Du hast schon mich mit einer Bombe toten? Ne, mit einem Doorbuster hatte ich versucht dich zu töten, aber... Oh, warte mal, ich habe jemanden anreckt. Ja, hast du. Ne, ne, Mathe ist durch eine Walther gestorben. Ich war es zum Glück nicht. Warum hast du mich schon wieder auf 3 runtergeschossen, Sonic? Wahnsinn, ich wollte eigentlich einen Headshot, aber... Juck dich nicht mit. Ich habe keine Crills. Das war so klar. OOOOOO! Wie ist es denn eigentlich? Weiß ich nicht. Ich tippe aus. No. Ne. Ne. So. Ja. Ist er. Wo ist er denn? Hinten. Ach. Habt ihr den Schuss gesehen? Da war es aber scheinbar nicht. Doch. Aber das war ein verdammt. Oh, warte mal, das ist der Falsche. Nein, das ist der Schuss. Und er guckt mit 2 Reben wieder, oder was? Mann. Warum machst du das, Junge? Rüssig. Warum, du Mongo? Hör auf mit so einem random Scheiß. Dafür geht einem nämlich echt der Spaß. Ja, Sascha. Imimi. Ja, reicht doch eigentlich wieder für heute. Nächste kann man ernst machen. Aber du hattest noch 2 HP. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin... Ey. Er ist in der ersten Etage im Turm. Ich weiß. Und ich hab meine Night weggeschmissen. Oh. Rude. Nein. Willst du mir doch nicht sagen. Schon wieder. Ja. Oh, ne. Nicht endlos. Second Chance hier. Geht ja gar nicht. Ähm. Na ja. Ja, gut. Mit diesem Leben machst du da nicht viel. War das jetzt auch die letzte, letzte, letzte random Runde von mir. und die letzte TTT-Runde für jetzt, für diese Map. Ich danke euch immer vielmals für zuschauen und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge von Traveling Terrorist Town wieder mit dabei. Schönen Abend euch noch, macht's gut. Ciao.